Ich wohne Stadumann, ich führe eine Gesundheitspraxis in Altisshofen und bin Naturheilpraktikerin. Ich darf ein Interview geben über die Anwendung der Blutegotherapie und über meine Tätigkeit als Naturheilpraktikerin. Ich empfehle das grundsätzlich jedem, der die medizinische Voraussetzungen dafür mitbringt. Ganz besonders ans Herz legen ich es aber den Leuten mit chronischen und akuten Entzündungszuständen und auch Venen leiden. An meinem Beruf gefällt mir ganz besonders die Vielseitigkeit, dass ich vom kleinsten neugeborenen Baby bis zum Senior ins hohe Alter Querbett Leute behandeln darf. Und das Schönste überhaupt ist, dass ich sie auf dem Gesundheitsweg begleiten darf.